Hallihallo hallöle, euch erwartet heute einiges hier bei Let's Play Minecraft und zwar, ähm, ja, wollen wir nichts, genau, nee, wir wollen unser Häuschen ausbauen, äh, um das aber zu bewerkstelligen, müssen wir es erst ein bisschen nach rechts verlegen, Minky wird euch diese spannende Bob the Baumeister Bauarbeit Arbeit hier etwas näher bringen, während ich ihm Ressourcen beschaffe, weil allein schafft das der Kleine nicht. Oh, da war die Frau fleißig, danke. Ähm, wie gesagt, ich beschaffe Ressourcen, wenn ich etwas Zeit habe, werde ich oben noch das Schlafzimmer machen, muss ich mal gucken, aber dazu später mehr, du kannst hier schon mal anfangen, aber bevor ich losziehe und, äh, Bäumchen hacke, äh, stelle ich oben noch neben unserem TV, äh, eine Couch hin, weil wir das total verpennt haben, im letzten Part. Warte, ich hoffe, wir haben noch hier Stiefchen, haben wir, sehr schön. Ja, ähm, ich habe es ja auch schon auf Facebook angekündigt, wir haben es schon bei Facebook angekündigt, dass wir, ähm, das, was jetzt folgt, eben schon geplant haben, ähm, es ist, ja, es ist sehr zeitaufwendig, also das wird auf jeden Fall, ähm, eine gute, gute Folgen beanspruchen, Wobei wir uns da überlegt haben, irgendwas zwischenzuschalten, damit wir jetzt nicht, äh, die ganzen Folgen hintereinander nur bauen. Habe ich die Katz jetzt gehauen? Wenn ja, dann ist die Glückwunschung. Also, dann habe ich sie nicht gehauen, nee, die ist einfach nur so weg, die muss bei dir sein, wieder. Da ist sie, unten, jo. Ach man, du willst jetzt zu mir kommen, guck mal, ja, jetzt kannst du dir den Keller anschauen, miet, miet. Miau, miau, gala. Oh, du kleine, schnuffige Babykatze auf meinem Bett, ist die schnuffig. Sie ist schnuffig, ja? Miau, miau. So, die Couch war oben fertig, der Pedal, der, oder wie du sagen würdest, der Pat, der macht sich jetzt auf den Weg hier ein bisschen holzi abhacken, aber dazu soll ich mich vielleicht etwas mehr Äxte machen. Wäre nicht verkehrt. Hallo. Aber gibst du mir dann gleich bitte auch dein Holz, ich habe schon wieder nichts mehr. Ja, ich muss mir aber erstmal hier Stöcke machen. Oh. Und, ja. Also ich habe eigentlich gar nichts mehr. Ich glaube, da unten gibt es auch nichts mehr. Ich gehe mal nachgucken, ob ich da was für dich holen kann. Ja, wenn du auf drei Druckplatten stehst, dann habe ich die für dich. Nee, 16 Holz gibt es hier noch, die bringe ich dir sofort. Warte mal, nehmt. Ich habe erstmal noch Kobbels hier für Mr. Axt und so, ne? Ja, Mr. Axt. Miau. So, vorsichtig, ich kotze. Vorsichtig, ich kotze. Ist auch eine sehr geile Warnung. Wie nennt man das Warnung? Weißt du jetzt wieder nicht? Tür. Tür eins und Tür zwei. So, erstmal fünf Äxte. Ich hoffe, das genügt fürs Erste. Und dann mache ich mir gleichzeitig nochmal drei Schäufel. Nee, zwei Schäufelchen. Und drei Hackies für später. Für später, aha. Und dann mache ich mich gleich erstmal hier an Mr. Monsterbaum, während du dich hier, während du den Job machen kannst. By the way, wir wissen immer noch nichts, was der Job ist, liebe Leute. Verratet uns doch das Ganze hier. Ja, generell, irgendwie, auch auf Facebook kommuniziert nur einer mit uns. Die mögen uns anscheinend alle nicht mehr. Nee, es ist... Schlimme Zeiten sind aufgezogen. Dunkle Wolken über LP Nexus LP. Das Hauptquartier steht in Flammen. Ja, unser LP Nexus LP Hauptquartier. Der Aktienkurs ist geschmolzen hier. Unsere Aktie war damals noch ein Huni wert. Jetzt ist sie 20 Cent wert. Mensch, Mensch, Mensch. Alle verkaufen sie. Auch morgen wird wieder stehen LP Nexus LP in der Krise. Ja, aber der DAX dankt es. Er steigt wieder im Kurs. Deswegen, dank uns. Sind aber auch lieb zum DAX. Mensch, der DAX. Du weißt ja nicht mehr, wofür DAX steht, aber er spricht über einen DAX. Ja, aber wofür steht ein DAX, hm? Ja, für deine Mutter. Ist doch ganz klar. Nee, jetzt sag mal. Keine Ahnung. Deutsche, ach doch, deutsche Aktienindex, natürlich. Gerade noch so gerettet, der Muge. Okay, ich hab jetzt auch. Noch hab ich Ferien, mein Lieber. Noch hab ich Ferien. Ja. So. Wer baut denn diese Monsterbäume hier hin? Ja, ich weiß auch nicht. Wer ist denn hier unser Baumfäller? Nee, aber das ist gut, weil... Weil... Weiß ich jetzt nicht. Du hast vergessen, ja. Ich nehm' bisschen hier Büsche mit, ne? Weil das hat auch seinen Sinn und Zweck für ein späteres Räumsche, was ins neue Häuschen kommt. Aber das werdet ihr schon noch früh genug mitbekommen. Bitte? Kann man hier mitbekommen? Ja, ich sammle sie gerade auf. Hier mit meiner Schafswollschere. Ah, okay, mit seiner Schafswollschere. Hm. Hm. Doch, zuvor muss ich mir Erde holen, denn ich muss auch irgendwie an Mr. Monsterbaum da oben kommen. Ja, und vergiss mich nicht. Ich hab' nämlich gleich schon... Ist gleich schon vorbei. Ist gleich... Ja, dann kann ich dir gleich die erste Ration hier bringen. Och nee, ne? Was ist los? Sternchen Schaufel zückt. Oh, Katze! Miau! Miau! Na, aber klar, dass die mir jetzt genau in der Hansa springt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich bin, glaub' ich, doof etwas. Ich hab' Erde dabei und geh' Erde holen. Not bad, not bad. Ja, das ist typisch, das ist typisch. Hab' ich mich selbst übertroffen, mal eben kurz. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, wie gesagt, man merkt, dass wir, ähm, da schon etwas vorbereitet sind. Wir wissen, was wir tun. Mhm. Oder? Oder? Wir wissen, wissen wir das? Ja. Kevin zählt hier alles schön sauber ab. Perfektionistisch. Das ist Kevin, by the way. Wenn er irgendwo ein Word-Dokument oder so ein Punkt vergisst, dann schreibt das nochmal ganz von vorne. Ja, natürlich, klar. Also, äh, da kenn' ich nix. Ja. Wow, jetzt haben wir ein bisschen wegzielen, aber jetzt geht's. Ah, es geht wieder, sag' ich. Und da liegt mir der Block wieder vor der Nase gesetzt. Das wär' ich, sorry. Ah, was ist das? Boah, was ist denn hier los? Jetzt mal ganz ruhig. So. Hallo. Server, was soll das? Ich glaube, irgendwann können wir uns auch, äh, so eine Art Baumplantage vielleicht bauen. Das war gar nicht so schlecht. Und da war ein Baumplantat. Hm, Baumplantat. Nö. Eine kleine, süße Baum. Ja. Da hast du recht. Da hast du recht. Ich mein, momentan kommen wir hier gut damit klar, aber... Who knows? Ah, jetzt richte sich an mich. Jetzt baut er auch die Blöcke wieder dahin. Ja, da kenn' ich nix. Also, wie du mir, soll ich dir sagen. Wie so eine kleine Diva. Ey, das ist mein Lebensmotto. Also bitte bedien dich nicht dessen. Uh, belesen. Nö, dessen gesagt. So, wir machen das hier natürlich erstmal ganz grob. Eins, zwei, drei, fünf, 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 fünf... Ganz grob, da legt er wieder Maß an. Ah, ein Millimeter zu weit links? Nee, ich mein' eher so, dass ich jetzt nicht, ähm, äh, alles Erde hier wegmach. Also, der Berg muss definitiv weg. Da brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Aber das werde ich jetzt nicht machen. Wir werden uns erstmal generell um die Räume kümmern. Und wenn man da jetzt halt erstmal keinen coolen Ausblick hat durchs Fenster, dann... Na, dann muss man erstmal mitnehmen, würde ich sagen. Was sagt Pat denn dazu? Ich sag, das ist, äh, Baupfusch. Da bin ich so nicht d'accord damit. Ja, ja, belesen. Hm, wir wissen schon. Warum nicht belesen? Das ist Französisch. Das ist doch nicht belesen, das ist schmulig. Also, was für dich, right? 6, 7, 8, 9, 10... Ignorierter bewusst. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 21, soviel da ist es egal. So, ich muss mal ablegen, dass ich vielleicht die schöne Erde nicht mitnehmen. Die schöne Erde nicht mitnehmen, ab dein Gott da Achtung. Na, guckst du dir den Keller an? Das ist, by the way, Muschi, glaube ich, der da unten ist, right? Pussy müsste oben sein. Ja? Ja, das ist... Ja. Hallo! Du pfeifst, ne, wenn du hier Holz brauchst? Ich pfeife immer. Ich pfeife immer aus dem letzten noch. Oh Gott. Die Witze werden immer besser, habe ich das Gefühl. Von Part zu Part steigert er sich. Hallo, Küschi. Mein Gott, das ist echt ätzend mit den Küsten. Wer stöhnt denn hier? Pet, geh weg. Ich lasse das dann noch belastet. Wie war denn eigentlich dein Intensiv-Comedy-Kurs? Mein Intensiv-Comedy-Kurs war spitzenmäßig. Weiß du doch. Also auf dem Papier, glaube ich, weißt du es, aber so umsetzen ist noch ein bisschen schwer, ne, habe ich das Gefühl. Was, mein Comedy-Kurs? Hm. Ja, das ist... 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 Ach, mein... Ach, das ist jetzt... Kann man das studieren? Comedy-Wissen? Oder? Unterrichtsfach, by the way. Ah, okay. Mensch, das ist ja cool, würde ich fast sagen. Mensch, ja. Total, ne? So, ich packe mal ein bisschen Cleanstone schon in den Ofen. Hat er natürlich vergessen. Hm, da brauchst du auch nicht pfeifen. Jetzt hab ich dich ertappt. Es ist einfach so. Äh, war nicht wahr. So. Da ein Bäumschi hiebt Lanze. Da, Bäumschi hiebt Lanze. Oh, falsch. Ja, du auch nicht. Es ist ehrlich. Es ist ehrlich. Am why? Ich find's lustig. Ich baue es ab und dann ist es wieder da. Es wird dunkel. Wird's das? Gut, dann würde ich sagen, es geht ab in die Haier. Und ich kann hier einen neuen Holzvorrat an dir auskotzen. Ja, nur, ähm, würde ich sagen, dann schmeißen wir unsere Pläne mal kurz über den Haufen, wie immer. Wieso? Denn hier muss definitiv die ganze Erde weg. Ja. Ja. Und? Ja, das wäre besser, wenn wir das zu zweit machen. Darauf wollte ich hinaus. Hier kommt wieder nichts oder einer hin. Komm mit. Oh, hat sie. Guck mal, sie schläft mit dir, nicht mit dir. Ja, genau. Sie schläft mit dir, nicht mit dir. Ja, echt, ey. Das hast du gemerkt, ne? Das ist mir aber gegeben. Ja, absolut. Warte mal, ey, stehen bleiben. Stehen bleiben, Kollege. Ich bin doch mal runtergefallen, ey. Komm her. Stehen bleiben. Sitz. Da. Ja, geht doch, ey. So, jetzt kommt der Papa hier mal abbauen, sonst wird das ja gar nichts. Machst du links, ich weiter rechts. Gut. Jetzt hört sich einfach mal das Ja an. Er fängt an. Bisschen Erde hier. Über Erde brauchen wir uns nicht beschweren. Also wir brauchen nicht sagen, wir haben keine Erde, denn wir haben genug Erde. Das habe ich auch im Comedy-Kurs gelernt, weißt du? Mhm. Tatsachen feststellen. Auch das ist wichtig, mein lieber Vater. Sagst du ja nix? Das muss er erst mal verdauen. Ich bin begeistert, ich bin begeistert, ich habe zu und lerne von deiner unglaublichen Witzigkeit, die ihresgleichen sucht auf dieser gottverdammten Erde. Gottverdammten Erde. Ja, verstehst du, wir bauen hier Erde ab und ich habe Erde gesagt. Jetzt kannst du auch von mir mal lernen. Wow, der war eigentlich gut, der muss ich mir jetzt aufschreiben. Moment. Also Sternchen Erde abbaus, Sternchen. Und dann... Ich verdammte Erde... Ja, ja, der war nicht... Dankeschön, Dankeschön. Mensch. Du hättest den Comedy-Kurs auf jeden Fall nicht nötig gehabt. Überhaupt nicht. Ich sehe schon die Lache bei den Kommentaren auf meiner Seite. Ja, also... Gott, Gott, war... Gute Erde und die Porn Erde ab und dann sagt der Porn Erde. Das wird, glaube ich, der Hammer. Highlight bis jetzt. Aber ich glaube, unser Highlight wird erst sein, wenn wir wissen, welchen Job denn Hippo und Bendy machen. Also irgendwie möchte da keiner drauf eingehen. Nee, ich glaube, für die ist es eine neue Dimension von Fremdschämen. Ja, das kann natürlich sein. Also ich glaube, ich würde mich Fremdschämen da. Also kann ich mir schon gut vorstellen. Du schämst dich auch für alles fremd. Ja klar, denn ich bin einfach hier Mr. Intellektuell. Und dann hast du da auf einmal solche Hongs, so à la Patrick, und dann... Doch, dann kannst du dich nicht mehr fremdschämen. So, dann mal mit der Tee. So, den Rest schafft der Herr aber, ne? Ja, den Rest schafft der Herr. Warte, dann gebe ich dir die Erde nicht mit, die nehme ich mit, meins. Die kannst du in die Teller ausschlecken. Ja, jeder, wohin gehörst? Bin ich jetzt zu faul, ich baue noch Holz ab. Ich glaube, du wirst noch etwas benötigen, right? Etwas? Also... Du weißt ganz genau, wie viel Holz hat der Herr doch. Ja, ich habe es abgezählt. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Soll ich es nochmal sagen? Ja, klar. Ich habe mich verzählt. Hepp, hepp. Eins. Heppo und Wendy. Ach nein. Heppo und Wendy. 11, 12, 13. Jetzt sehe ich... 21, 22. 21, 22. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Macht ihr halt so eine überlebensgroße Zahl hin, die ich damals in unseren Previewspielen gekletzt habe an die Wand? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, dann kommt dann... Na, das geht... Gott, ich habe mich hier wieder an einen Monsterbaum gewagt. Miau. Und ich glaube, ich muss hier sechs Bäume abbauen, damit dieses Ding weg ist. Sechs Stück? Hm. Dann hat viel Spaß, mein lieber Freund. Ich bin nicht dein Freund, ich bin dein Erzfeind. Ja, mein Erzrivale. Ja. Erzrivale Pets möchte kämpfen. Okay, sechs Bäume war etwas optimistisch. Ich glaube, das sind neun. Hm, ja. 100? Also neun sind es auf jeden Fall. Vielleicht necke ich noch welche. Vielleicht necke ich noch welche. Vielleicht necke ich noch welche. Ja. Ne, necken habe ich gesagt. Necken? Necken? Neck... Wer sich neckt, das liebt sich. Wer sich neckt, das liebt sich. Irgendwas mache ich andauernd ganz falsch. Irgendwas stimmt hier nicht. Was ist denn da wieder falsch? Das ist dann eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja klar, das war gerade richtig. Sorry! Sorry! Ja, ich musste mich auch bei den Abonnenten entschuldigen, dass ich hier gerade mega die Kaka mache. Ah ja, schleim dich halt ein. Ich habe quasi gerade das Richtige abgebaut, habe es jetzt nochmal falsch gemacht. Wobei, also mir passieren ja Fehler in der Regel auch nicht. Das finde ich nicht. Dieser Mensch ist der Federloseste, den ich in meinem ganzen Leben kennengelernt habe. Ja. Sowieso möchte ich das hören. Ja. Ich habe wieder einen Job, willst du hören? Ja komm, brauche nochmal einen. Den ich in meinem gottverbaumten Leben kennengelernt habe, weil ich baue jetzt Bäume ab. Verstehst du? Wow. Also, wow. Also, Mann, Mann, Mann. Du kommst aus dem Staunen nicht mehr raus, ich merke schon. Also, man muss Patrick für seine innovativen Witze wirklich loben. Herzlichen Dank. Gerne, gerne, weißt du doch, oder? Mein lieber Johann, bist du auch schon da? Aber natürlich, mein lieber Johann. Mua, mua, mua. Moment, Johann begrüßt Johann? Ja. Das ist jetzt eben. Weißt du, dann schalten sie von Johann zu Johann. Die linke Kamera zu rechten? Ja. Das wäre cool. Was machen wir denn hier? Was machen wir denn hier?